Wir schauen uns heute mal zusammen an, was Webflow auf ihrer diesjährigen No-Code-Konferenz so alles veröffentlicht und auch angekündigt hat. Da sind ein paar tolle Sachen dabei. Manche Updates sind sofort jetzt in deinem Webflow-Designer schon aktiv. Wiederum andere Ankündigungen gab es, die so im Laufe des Jahres 2022 eben langsam an User ausgerollt werden. Und ich freue mich da schon richtig drauf und ich möchte vorab hier schon mal sagen, ich bin wirklich beeindruckt, wie Webflow das Ganze, auch die Keynote eben aufgezogen hat. Das Ganze hatte so Apple-Charakter, würde ich sagen. Und hier und da haben sie die auch so ein bisschen auf den Arm genommen. Also ich war wirklich hin und weg und habe diese Dreiviertelstunde sehr, sehr, sehr gern angeguckt. Und ich packe dir den Link mal in die Videobeschreibung, kannst du gerne auch nochmal von vorne bis hinten einmal anschauen. Ist wirklich zum Genießen. Von mir heute also ein bisschen das Ganze zusammengefasst, ein bisschen kompakter, auch mit eigenen Kommentaren natürlich von meiner Seite aus. Lass uns loslegen. Übergeordnet könnte man sagen, stand die Konferenz mit so drei Themenbereichen da. Das waren wie so drei Säulen, in denen auch überall eben Webflow jeweils neue Updates und Ankündigungen veröffentlicht hat. Das ist einmal UI, Data und Logic. Und für alle, die schon länger mit Webflow arbeiten, die wissen, dass User Interface und Data quasi schon den ihr Gebiet ist, dass Logic aber etwas ist, was neu ist, was also bisher noch nicht von Webflow bedient wird. Lass mich das kurz mal für dich zusammenfassen. Also der Bereich, die Säule UI, User Interfaces, heißt eigentlich nichts anderes, wie wenn du ein Programm, eine App oder eine Software bedienst und im Hintergrund wird für dich der Code dann mitgeschrieben. Im Webflow-Fall ist es eben bei Webseiten, HTML, CSS und JavaScript-Code, der für dich generiert wird. Der Bereich Data, diese Säule, ist bei Webflow eher so der CMS-Bereich. Das heißt, du hast hier eben die Möglichkeit, bei zum Beispiel einem Blog, einen Blogbeitrag zu erstellen und irgendwo in der Datenbank muss abgespeichert werden, wie der Blog-Post heißt, was für einen Titel der hat, was für ein Bild dazu hochgeladen wurde, was für Content dazu hochgeladen wurde. Und das alles wird in der Datenbank abgespeichert. Und in Webflow musst du dich ja komplett null mit diesem ganzen Datenbank-Management-Kram beschäftigen. Ja, das wird alles erledigt von denen. Was heißt der Bereich Logic? Das ist quasi vereinfacht, wenn dieses passiert, dann mach das. Das ist also diese ganze Logik, die im Hintergrund von einer Software quasi stattfindet. Die haben hier ein ganz gutes Beispiel gebracht von Airbnb. Wenn du also zum Beispiel ein Haus oder ein Apartment buchen möchtest, dann ist es ja so, dass du die Buchung irgendwann abschickst. Und sobald du die Buchung abschickst und auf den Button klickst, dann soll etwas Nächstes passieren. Also zum Beispiel den Host benachrichtigen, dass eine neue Buchung eingegangen ist. Und genau diese Logik kannst du bisher in Webflow noch nicht selbst direkt in Webflow eben bauen. Dazu bräuchtest du dann externe Tools, wie zum Beispiel Zapier oder Integro Mart, die du nutzen kannst, um Webflow quasi noch mächtiger zu machen und verschiedene Logiken eben mit anzuknüpfen. Und das sollst du in Zukunft dann eben direkt in Webflow machen können. Wie das Ganze dann von Webflow auch gehandelt und umgesetzt ist, schauen wir uns später also in dem entsprechenden Bereich nochmal an. Es gab so ein paar interessante Zahlen, die Webflow auch bei der Keynote veröffentlicht hat. Und zwar einmal, dass seit der letzten No-Code-Konferenz, ich glaube, die war nicht 2022, die war nicht 2020, sondern eben wahrscheinlich vor zwei Jahren, dass seitdem eben eine Million neue Webseiten veröffentlicht worden sind. Jetzt weiß man natürlich nicht genau, ob da auch die Webflow.io-Domains mit dazugehören, also die ganzen Subdomains, die Webflow dir kostenlos mit dazu gibt. Trotzdem eine tolle Zahl. Und alleine 2021 sind eine Million neue User in die Community, also mit beigetreten. Das heißt, eigentlich auch eine Million neue Accounts eben dazugekommen. Das heißt, es gibt momentan insgesamt 3,5 Millionen Mitglieder. Finde ich eine ganz, ganz tolle Zahl und man sieht, wie schnell diese Community hier auch wächst. Zusätzlich werden allein im letzten Monat 10 Milliarden Site-Visits verarbeitet. Und sie haben in der Keynote auch selbst nochmal gebracht, dass es zusammen mehr sind, als Amazon und Twitter zusammen haben. Und was, Twitter? Egal. Auf jeden Fall, allein, wenn es schon mehr als Amazon ist, ist es schon beeindruckend. Und das Ganze wird von Webflow, von der Plattform verarbeitet. Und finde ich toll, einfach sowas auch mal ein bisschen im Hinterkopf zu haben, wie groß auch das Ganze geworden ist. Die erste Ankündigung war dann im Bereich Zusammenarbeit, also wie du intern in Agenturen oder auch in Unternehmen mit Webflow arbeitest im Team. Und hier ist es dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass es mittlerweile eben diesen Bereich da oben gibt, wo die eingeloggten User auch aufgelistet werden. Und du kannst Design Control, also Kontrolle über den Webflow Designer anfragen. Das heißt, du loggst dich zum Beispiel auch zusammen mit einem Teammitglied ein. Der eine bearbeitet nur Texte, Inhalte und CMS-Elemente. Und der andere arbeitet am Layout. Okay, das ist schon mal ein cooles Feature und ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Trotzdem müsste ich hier meinen Kommentar abgeben, dass wenn man zu sowas wie Figma schaut oder auch Sketch, wo du quasi zeitgleich an einem Layout auch arbeiten kannst und live den Cursor siehst und so weiter, ist es schon auch eine Sache hier, wo man denkt, okay, warum sind die noch nicht auf so einem Level? Weil das kennt man ja schon auch seit mehreren Jahren jetzt von diversen anderen Programmen. Und ich glaube, die sind da auf einem guten Weg und das ist sicherlich auch das, was viele Teams auch brauchen, um mit Webflow auch viel schneller voranzukommen. Ich glaube, das hat einfach so ein bisschen den Grund, dass die auch angekündigt haben bei der Konferenz, dass sie viele Under-the-Hood-Updates zu Webflow gemacht haben, was Programmiersprache angeht, was Performance angeht und ich glaube, das spielt da alles so ein bisschen mit rein, dass sie übergeordnet lange auf dem Zeithorizont eben dieses Ziel haben, dass du auch zeitgleich am Layout eben manipulieren und arbeiten kannst. Aber da sind sie eben noch nicht jetzt und deswegen kann bisher nur einer eben diese Designkontrolle eben haben. Die anderen können dann Texte und Inhalte bearbeiten, was ein erster guter Schritt ist. Und zusätzlich gibt es da jetzt aber auch die Möglichkeit, dann eben noch Teammitglieder hinzuzufügen. Und schauen wir uns das mal an. Das heißt, du kannst dann sagen, okay, ich lege einen neuen Nutzer in meinem Team jetzt von dem Webflow-Account an. Der ist dann der Admin, der ist irgendwie nur ein Mitglied, der darf nur ganz bestimmte Seiten in der Website bearbeiten, der darf nur den Designer nutzen, der darf nur CMS-Elemente bearbeiten und so weiter. Und das, finde ich, ist schon eine sehr willkommene Funktion, weil ich glaube, dass ja solche rollenspezifischen Dinge sind sehr, sehr wichtig, wenn du auch in größeren Teams eben arbeitest. Hier mal eine kurze Übersicht, was eben dann darin enthalten ist. Klar, der Admin darf letztendlich alles, aber du kannst es runterbrechen mit bis wirklich, wer darf nur eine bestimmte Seite designen, ja, oder wer darf auch veröffentlichen und so weiter. Das Ganze wird dann in einem neuen Preisplan, der Workspaces heißt, zusammengefasst. Also nicht noch ein zusätzlicher, sondern Account-Plan und Team-Plan sind jetzt Workspaces. Und das, sagen sie, wächst sozusagen, je größer dein Team wird. Ich gehe mal davon aus, je größer das Team wird, desto mehr muss man dann, also zahlen, je mehr Mitglieder man hinzufügt. Und da haben sie keine Details, was Kosten und sowas angeht, angegeben. Aber da gehe ich mal davon aus, dass das eben dann so abläuft. Was hier noch ganz nett zu sehen ist, dass es auch dann zukünftig so eine Kommentarfunktion gibt. Als nächstes kamen dann direkt Updates, auch die dir jetzt schon im Webflow Designer zur Verfügung stehen. Das sind einmal hier im Bereich User Interfaces in dieser Säule, also Blending Modes. Und dann noch, glaube ich, kommt dann nachher Backdrop Filter. Das ist auch was, was man sich hier ganz gut mal anschauen kann, wie die eben Blending Modes hier im Designer jetzt anlegen und letztendlich hier verschiedene Effekte mit den Buchstaben jetzt hier erreichen und dadurch dann, ja, direkt auch im Webflow Designer sehen, wie man eben die Elemente manipuliert. Und dadurch muss man diese ganzen CSS Begriffe und sowas sich nicht merken, was jetzt was macht. Man nimmt einfach den Effekt, der am besten aussieht und der am nächsten rankommt, wo man will und kann das Ganze natürlich auch noch schön mit Animation und Webflow Interaktionen eben verknüpfen. Dann kamen, wie gesagt, die Backdrop Filter Updates. Du kennst es so ein bisschen vielleicht auch von der Apple Website und auch von vielen Apple iOS Apps, dass im Hintergrund einfach manchmal so ein bisschen etwas blurry ist. Und das ist zum Beispiel etwas, wo du auch hier ganz gut sehen kannst, dass du eben den Effekt hier einmal anlegen kannst, zum Beispiel auf dem Header und hast jetzt eine Transparenz drin, die aber so im Hintergrund blurry ist und nicht einfach nur Opacity runtergestellt. Und das Tolle ist, dass man hier nicht nur ein Blur Filter setzen kann, sondern auch die Saturation zum Beispiel. Das heißt, die Farben in diesem Blur werden nochmal ein bisschen kräftiger und das sind tolle Sachen, die man dann da kombinieren kann. Und das Ganze findest du eben jetzt im Webflow Designer im Bereich Backdrop Filter. Sie haben auch ein paar Beispiele jetzt von Agenturen oder Webdesignern gebracht, die diese Effekte schon genutzt haben. Da siehst du hier mal, was man damit alles so erreichen kann. Gerade mit den Blending-Modes, die habe ich auch schon hier und da mal so ein bisschen getestet. Auch ein paar Tutorials hier bei mir auf dem Kanal. Da kann man wirklich interessante Sachen machen und ich bin froh, dass ich da jetzt nicht immer diesen eigenen CSS-Code da selbst irgendwie mir raussuchen und reinschreiben muss. Aber tolle Beispiele hier. Ich habe mal geguckt, also gerade sowas hier, das ist jetzt leider nicht irgendwie bei den ihren Accounts oder sowas zur Verfügung. Ja, ist hier wahrscheinlich nur für die Konferenz irgendwie erstellt worden. Und trotzdem toll, dass ihr hier so ein paar Beispiele mit reinbringt. Als nächstes ging es um die CMS-Performance, die sie, wie auch schon vorher erwähnt, so ein bisschen im Hintergrund auch nochmal abgegradet haben. Da kommen gleich ein paar interessante Zahlen noch dazu. Hier muss man aber sagen, dass du mit Webflow wirklich die Möglichkeit hast, dir quasi dein eigenes CMS von Grund auf aufzubauen. Und diese CMS-Daten dann in deinem Design auch, wie man hier ganz gut sehen kann, eben entsprechend dir reinzuholen. Und das macht einfach dieses CMS so toll, weil man da einfach diese Verbindung sehr, sehr schön auch wahrnehmen kann. Sie haben es also wirklich geschafft, ja eine Ladegeschwindigkeit von den CMS-Kollektionen zu schrauben. Das heißt, wenn du im Hintergrund zum Beispiel ein CMS anlegst mit sagen wir mal 3000 Items, ja dann ist es ja so, wenn du mal ganz schnell zum Beispiel runterscrollen möchtest, ja, bis diese ganzen Elemente eben zur Verfügung stehen, hat es anscheinend solche 30 Sekunden gedauert. Jetzt nicht im Frontend beim Seitenbesucher, sondern im Backend, wenn du da auch mal daran arbeitest. Und jetzt haben sie das auf zwei Sekunden, also 15 Mal schneller eben reduziert. Dann gab es Updates eben auch zum RAM-Speicher, genauso auch Optimierung in der Bandbreite der eben Ladezeit. Jetzt haben wir hier auch nochmal ein reales Beispiel von Finsuite-CEO, die einfach das auch schon vorab mal testen konnten. Die haben gesagt, hey, so ein CMS mit 3000 Items fühlt sich jetzt an, wenn man das Ganze lädt, wie irgendwie so ein leichtes 100-CMS-Item-Projekt. Was natürlich ein sehr willkommenes Update ist und auch bei mir, weil ich eben letztendlich auch mit meinem Blog, mit meinen ganzen Podcast-Files mittlerweile da auf 800 Elementen bin, was da im CMS ist. Und ich merke das auch, wenn man da mal ganz schnell irgendwo hin muss, es lädt doch alles ein bisschen länger und das Ganze wird jetzt natürlich dann damit sehr gut optimiert. Dann gab es ein Update, das schon so ein bisschen erwartet wurde. Sie hatten das auch vorab schon mal angekündigt, dass Sie das hier auf der Konferenz näher vorstellen möchten. Und das Ganze ist auch schon in Beta seit einer Weile draußen. Ich habe noch keine realen Einblicke gesehen, wie das Ganze im Hintergrund in Webflow dann aussieht. Jetzt gab es auf der Konferenz eben dazu ein bisschen mehr. Und das Ganze ermöglicht dir dann letztendlich, User-Logins anzulegen und auch Seiten und Seiten zu schützen, wo Leute dann eben Zugriff drauf haben oder eben auch nicht. Das Ganze ist auch gerade im Webflow-E-Commerce-Bereich eigentlich sehr interessant, weil du kennst es auch von Online-Shops, dass es da eben auch häufig die Möglichkeit gibt, eben nicht nur als Gast zu bestellen, sondern auch als Mitglied. Und dann kannst du da auch deine Bestellhistorie sehen etc. Und das ist etwas, was bisher ja so noch nicht in Webflow zur Verfügung stand. Was man hier mal ganz gut sehen kann, ist, dass natürlich für sowas wie Online-Kurse, ja, also eigene, sage ich mal, Patreon-like Plattformen mit Mitgliedern, die bezahlen oder kostenlosen Mitgliedern, die dann Zugriff auf bestimmte Seiten haben. Genau sowas kannst du dir jetzt quasi dann auch mit Webflow bauen und hast dann verschiedene Access-Groups, wo du halt sagen kannst, gut, alle Mitglieder, die sich dann einen bestimmten Beitrag monatlich zahlen, haben Zugriff auf diese Access-Group und so weiter. Also da haben sie sich schon was bei gedacht und so kenne ich das in der Form auch noch nicht von irgendeiner anderen Plattform, dass man sich das selbst verknüpft mit, du kannst alles komplett, das Aussehen selbst gestalten und umsetzen. Das ist schon eine sehr, sehr mächtige Funktion und gerade mit einem Bezahldienstleister im Hintergrund, ich glaube, sie nutzen auch dafür dann Stripe, wo du auch monatliche Payments machen kannst, ist es sehr, sehr interessant. Da werde ich noch einen eigenen Beitrag zu veröffentlichen, wie da so meine Meinung ist. Ich selbst bin ja auch bei Patreon und habe Online-Kurse veröffentlicht und da ist natürlich die Frage, macht man sowas jetzt auf einer Webflow-eigenen Plattform oder, ja, bleibt man weiterhin auf den anderen, die man eben dafür gerade nutzt. Aber die Einblicke hier, was man so sieht, ist schon eigentlich ganz cool, auch wie, es kribbelt mir natürlich in den Fingern, wenn man einfach sieht, dass man das komplett alles an seinen Brand dann anpassen könnte. Aber ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ich bin aber gespannt, wie das in der Preisstruktur, ob das da sehr attraktiv gemacht wird, ob sich das also lohnen würde für mich zum Beispiel mit den, sag ich mal, 10, 15 Prozent, die man bei Patreon zum Beispiel abgibt, inwieweit man hier eigentlich an Webflow dann Geld zahlen müsste, um dann diese Bezahlmethode auch nutzen zu können, um jährlich, monatlich eben seinen Usern Login-Bereiche zu ermöglichen. Dann ging es abschließend zu dem Bereich Logic. Momentan kennst du es vielleicht von einer API-Anbindung mit Zapier oder Integromat, dass du einfach verschiedene Tools anbinden kannst, die dir eben genau diese If-Statements auch ermöglichen. Da gibt es viele Dinge, die Webflow eigentlich von Haus aus auch schon selbst abwickeln könnte. Heißt hier zum Beispiel ein Formular, wo du eine Größe von einem Unternehmen angeben kannst. Und je nachdem, was der Seitenbesucher eben auswählt, kannst du letztendlich jetzt diese Logik programmieren lassen. Das heißt, sobald er jetzt irgendwie in diesem Dropdown 200 auswählt, dann schicke dieses Formular bitte zu diesem Mitarbeiter. Sobald er 500 auswählt, schicke das Formular nicht zu diesem Mitarbeiter, sondern zu dem CEO. Bei mir zum Beispiel auf der Online-Kurs-Website habe ich ein Formular, wo eben Mitglieder, die den Kurs schon durchgemacht haben, dann Feedback geben können. Und hier wäre es natürlich super interessant, wenn ich dann dieses Formular, sobald es ausgefüllt wird, direkt in ein CMS-Item leiten könnte. Und das Ganze wird als Testimonial dann automatisch von dem Formular direkt veröffentlicht. Ich muss also nicht den Umweg über Zapier oder Integromat oder irgendein anderes Tool gehen, was das quasi verarbeitet und wieder zurück zu Webflow schickt, sondern ich könnte das direkt in Webflow verarbeiten. Man hat ja jetzt nicht enorm viele Einblicke bekommen, deswegen denke ich, dass das Ganze auch noch so ein bisschen länger dauern wird, bis wir das wirklich im Webflow-Designer sehen. Aber sie haben bei allen diesen Dingen gesagt, dass es 2022 eben kommt. Aufgrund dessen, dass hier an der Seite noch sehr viele Plätze frei sind, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie hier wirklich auch noch ein paar Dinge hinzufügen und das Ganze noch weiter aufbauen werden. Also noch mehr Aktionen wie nur Formular und wenn das Formular ausgefüllt, dann machen CMS-Item und so weiter. Also ich glaube, da könnten noch sehr viele neue Programme auch mit angeknüpft werden und auch Logiken, die das quasi erweitern. Das ist ein ganz neuer Bereich, den Webflow hier aufzieht. Da bin ich super gespannt. Eine Sorge habe ich allerdings, und zwar sie haben nicht zu dem Thema gesagt, wie das jetzt mit Datenverarbeitung ist. Natürlich haben sie gesagt, das wird alles sicher verarbeitet. Das ist heutzutage wahrscheinlich auch klar. Aber das wird sehr wahrscheinlich in den USA standfinden. Und ich glaube, da müssen sie einfach schauen, wie sie da in Zukunft das noch geregelt kriegen. Oder das europäische Gesetz wird da so ein bisschen noch angepasst, dass man sich da wieder nicht so viele Sorgen machen muss. Zusätzlich haben sie auch bei allem nicht erwähnt, ob sich diese komplizierte Preisstruktur in Webflow vielleicht auch ein bisschen vereinfacht und anpasst. Eine der Hauptfragen, die ich auch bekomme, weil viele da nicht richtig wissen, was sie da auswählen müssen etc. Das sind natürlich jetzt sehr viele Funktionen, die hier Webflow auch immer wieder neu hinzufügt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dem Ganzen auch gut tun würde, das Ganze mal abzudaten. Trotzdem muss man auch sagen, je mehr dazu kommt, desto mehr ist da auch enthalten. Gerade für solche Tools wie das mit so einer Logic, die man jetzt hier in Webflow erstellen könnte, zahle ich ja zum Beispiel bei Integromat auch 10 Euro pro Monat oder ein bisschen weniger. Und das sind auch Preise, die könnte man also auch vielleicht sich irgendwann sparen, weil man das direkt in Webflow irgendwie handeln könnte, was man denn da so braucht, wenn man solche Formulare verarbeitet und so weiter. Also da bin ich gespannt, ob sie da vielleicht mal noch so ein bisschen was durchscheinen lassen. Gerade der Mitglieder-Login-Bereich mit den Preisstrukturen, der würde mich sehr, sehr interessieren, ob sich das dann wirklich lohnt, dahingehend. Und wenn das so attraktiv ist, könnte man sich das überlegen, ob man da irgendwann mal den Wechsel dann vollzieht. Aber auch hier wieder die Sache mit den Daten-Login-Bereich, Passwort, Benutzername, wo liegt das Ganze? Kann man das selbst auch entscheiden, ob das vielleicht auf europäischen Servern liegt? Bezweifle ich am Anfang, aber könnte in Zukunft natürlich dahin gehen. Abgesehen davon ist Webflow nach wie vor ein grandioses Webdesign-Tool. Und ich freue mich auf die ganzen neuen Features und hoffe, die hat das heute einen ganz guten Einblick. Und eine Zusammenfassung gegeben. Schreib mir gerne in die Kommentare, auf was du am meisten dich freust und was du ganz gerne mal ausprobieren möchtest. Und ja, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. 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 Bis dann.